Gefall ich dir? Geht das so? Wie eine Nutze. Findest du? Ja, schon. Dreh dich um. Vorsicht. So ist es besser. Ich geh dann jetzt. Gehst du zu den Eltern, dann geh ich hinten raus. Ja. Erzählst du mir alles? Versprochen. Willst du noch nicht schlafen? Nein. Was machst du? Nichts. Und deine Schwester? Die schläft, glaube ich. Wollte sie sich nicht mit dem deutschen Jungen treffen? Nein, der ist ihr egal. Spricht er französisch? Ja, spricht er. Und? Gut? Na ja, für einen Deutschen ganz gut. Für einen Deutschen. Ich will, dass du deinen Schlafanzug anziehst und ins Bett gehst. Ja. Ja.